Bei seinem letzten Einsatz konnte das Spy-Team den teuflischen Dr. Devil im letzten Augenblick daran hindern, die Welt ins Chaos zu stürzen. Seither sitzt Dr. Devil im Gefängnis des Spy-Teams. Wenn ich hier raus bin, Agent P, fahre ich erstmal in den Süden. Träumen Sie weiter, Dr. Devil. Uns ist noch niemand entwischt. Aua! Was haben Sie, Dr. Devil? Aua! Royal Flash! Oh Mann, das gibt's ja wohl nicht. General, Dr. Devil hat Zahnschmerzen. So? Na, dann ruf den Commander-Truck. Sehr wohl. Hey, General, wo bin's denn? Dr. Devil muss zum Zahnarzt. Sieh mal, Pi. Ich hab ne neue Eiswaffe. Wow, sehr beeindruckend. Los, rein da. Das kleine Ding. Aber passt gut auf ihn auf. So? Bei uns ist der Bomben sicher, General. Wenn wir schon in der Stadt sind, müssen wir unbedingt zum Karaoke. Aber Flash, wie oft noch? Ich tanze nicht. Tanzt man nicht? Das ist zum Singen. Ja, von wegen. Da vorne sind sie. Das läuft ja wie am Schnürchen. Oh, oh. Die Robo-Ginger. Drück auf die Tube, Eiswaffe. Das ist ne Falle! Mein alter SUV. Das können wir aber auch. Wir freuen uns mit Sano-Power. Haha, daneben wir, Anfänger! Verpflegt? Haha. Haha. Yes! Wie wären wir los? Hehe, das war jetzt was vor. Guck mal. Hörst du das auch? Hört sich an wie ein Hubschrauber. Ja, du liebes mich. Ein Razor-Copper! Eis, Versteller. Das Ding ist genau über uns. Der ist vor uns, sagt der Devil. Ich verpasse ihn im Peilsender. Tja! Mein alter Freund Begalomax. Mein Zahn geht zu wieder viel besser. Aua! Passt doch auf! Eis, General. Bitte komm. Eis, wie ist die Lage bei euch? Jemand hat uns die Arrestzelle weggeangelt. Jemand hat was? Aber wir haben ihm einen Peilsender verpasst. Heck! Ja, hier, anlesen. Kannst du die Peilsender-Koordinaten ermitteln? Voll dabei! Agent P! Ja. Geben Sie Spy-Team-Alarm. Sehr wohl. Aua! Müsste mal wieder aufgeräumt werden. Ach, Megalomax! Was soll das? Lass mich hier raus! Du hast meine Freundschaftseinladung auf Facebook ignoriert. Was hast du vor? Ich werde eine Roboterarmee klonen und die Welt in Schutt und Asche legen. Nein! Ich meine... Moment! Eine Roboterarmee? Das war doch meine Idee! Richtig! Es war deine Idee! Warum hast du mich dann befreit? Ich brauche dein Passwort! Ha! Für meine Klontechnologie? Niemals! Jeder Mensch hat eine Schwachstelle. Und zufällig weiß ich, dass deine nach Schokoladen spielt. Schokopudding! Das Passwort lautet Schoko... Äh, Weltherrschaft! Ah! Jetzt tritt mich nichts mehr auf! Ich beginne mit Playmo City! Laut Peilsender kann es nicht mehr weit sein! General, ein Notruf aus Playmo City? Ein gewisser Megalomax greift an! Mit einer Roboterarmee! Und den Megamasters! Erst holen wir Dr. Devil! Schau uns mal einen Überblick! Da ist eine Station in den Felsen und megaviele Roboblaster! An alle Einheiten! Operation Nightmation treibegeben! Eis, Pass auf! Volle Freizeite! Schnelle Deckung! Razor kommt auf den Rand! Wie kann er uns überhaupt so gut sehen? Infrarotsensor! Er sieht im Dunkeln! Was ist das so? Nimm das! Infrarotsensor! Kann sie belasten! Gehe Funktion! Eraser Cocteau! Abbrech! Gorgens, Pass auf! Der Typ ist echt aufdringlich! Channel, wir brauchen Unterstützung! Gorgens, down! Vorsicht! Glatteis! Wir haben Sichtkontakt zur Station! Bereit machen zum Sturm! Wir melden uns hier live aus Playmo City, wo Megalomex gerade mit seinen Megamasters die Stadt verwüstet! Megalomex, wie kamen Sie auf die Idee? Seit ich denken kann, möchte ich der Welt zeigen, dass ich der genialste Schurke dieses Planeten kenne. Genialer als Dr. Devil? Darauf können Sie wetten! Getreu meinem Motto, immer zweimal schlimmer! Das ist ja der Gipfel, na warte! Au! Der zeig ich's! Da guckst du was, du Föhnfrisur! Oh, Schokoladenpudding! Hey, Dr. Devil! Sicher! Ein Hammerheil! Ich hab ihn auf Eis gelegt! Da reicht es versichert! Rübert euch lieber um den! So gut wie passiert! Funktion, Wake-up, neues Ziel, Return und Enter! Ist doch nicht zu fast! Im Namen des Playteams, die sind verhaftet! Hm, das war Megalomex! Tag, du bist der Größte! Yes! Wow, Agent B! Ich hab ein sreckliches Zartenschmerzen! Den Trick haben Sie von Dr. Devil geklaut! Hm, und nicht nur der! Die Welt ist in Sicherheit! Und was jetzt? Hey, wir fahren nach Playmo City! Ja, guck's gehen! Wieder cool abtanzen! Und tanzen! Hey! So, wie ist es? Wer beobacht die Gefangenen? Ach, jetzt komm schon, Pi! Ja, okay!